Sie sind unzufrieden mit Ihrer PowerPoint-Präsentation? Sie möchten Ihre Folien aktivierender gestalten? Dann ist dieses Video für Sie genau richtig. Ich stelle Ihnen die Zoom-Funktion von PowerPoint vor. Wir finden die Funktion im Reiter Einfügen in der Gruppe Links. Es gibt drei verschiedene Arten, den Zusammenfassungs-, den Abschnitts- und den Folienzoom. Um einen Zusammenfassungs-Zoom anzuwenden, klicken wir auf diesen Button und wählen in diesem Fenster alle Folien aus, auf die wir zoomen möchten. Wenn wir jetzt eine Präsentation starten, können wir einfach mit der Maus eine Folie anklicken. Wir springen mit einem Zoom-Effekt direkt zur gewählten Folie. Aber wie hilft mir diese Funktion? Auf diese Weise können wir zum Beispiel die Agenda lebendiger gestalten. Statt einer Folie mit mehreren Stichpunkten zeigen wir interaktive Vorschaubilder. Sie haben noch weitere Fragen? Dann besuchen Sie office-training-365.de für noch mehr Informationen rund um die Microsoft 365-Produkte.